Herzlich Willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiterhin über meine Wichtigkeit Labor. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snack-Automaten müssen manuell aufgefüllt werden. Wir kriegen jetzt hier oben auf jeden Fall die Wartezeit ein bisschen weg. Da haben wir dann gleich auch endlich die zweite Maschine wieder an. So, was macht das jetzt hier unten? Behandlung ist gescheitert. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Betten. Denn hier drin kann es nicht kalt sein, mein Freund. Hört auf euch anzustellen immer. Wieso habe ich Psychiatrien, Leute? Wieso habe ich hier einen? Hallo, Tussi. Hast du keine Fortbildung? Nein, gar nicht. Okay. Ja, das ist jetzt auch fertig. Dann teilt sich das jetzt auch auf. So ist das schon mal gar nicht so schlecht. Wie geht das jetzt schon auf die Reihe? Das haben wir jetzt gut weggearbeitet hier. Ich habe auch keine Lust mehr. Das ist echt gerade ein bisschen geschissen, Leute. Alles öffnen. Okay, haben wir. Wir haben jetzt mal ein bisschen Geld gemacht. Kann ich hier auch mal ein Projekt fortsetzen. Ich war schon für meine Indoktrination angemeldet, bei der ich alles über die Größe der Orbi-Kugel erfahren und meine eigene Kunde bekommen sollte. Aber dann gab es plötzlich eine unerwartete Wendung. Bleibt dran, um zu erfahren, was passiert ist. Was haben wir jetzt noch? Ein Kredit? Jawohl. Nur noch die kleinen, ein kleines bisschen davon. Und dann haben wir es auch endlich. Mann, 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 Mann. Der Punkt ist, dass wir jetzt hier oben endlich die großen, fetten Wattenschlangen weg haben. Hier sieht alles gut aus. Hier auch. Alles läuft auf Stufe 2. Und ein Erdbeben. Mal ein bisschen warten, was jetzt passiert. Könnte eine Katastrophe werden. Aber jetzt haben wir auch Kohle, Leute. Jetzt machen wir Kohle. Jetzt, jetzt machen wir richtig Kohle. Weck mich an die Tüße. Ja, das ist mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, total Rille. Ja, wüsst du, wo mein Megascanner ist und sowas? Okay, wie sollen wir eine haben? Aber wir haben gar keinen Megascanner. Wir haben keinen Megascanner. Wir haben nichts, was damit zu tun hat. Gar nichts. Instandhaltung der Arztpraxis erforderlich. Also das ist mir jetzt mal gerade so aufgefallen. Wir haben keinen Megascanner und keinen normalen Scanner. Richtig? Warum nicht? Das ist fürs Bearbeiten saumäßig wichtig. Und das ist jetzt mal kein Scheiß. Er muss auf 100% Feuerlöscher rein. Erheizung. Kaffeeautomat. Und ein Blümchen. Das sind 61.000. Das Ding hätten wir dann gleich mal zweimal. Ich kann nur überlegen. Das sieht zwar jetzt erstmal scheiße aus, aber geht da nicht. Dann updaten. Updaten. Objekte. Bänke. Was haben wir denn da jetzt hingestellt? Normale. Okay. So. 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 Seit wann sind die Blumen so weit weg? Na mal. Das war hier mal die Diagnosen und das alles vieler kriegen. Wir haben viel zu wenig Geräte für Diagnose. Die Psychiatrie Pille Männer sind auch fertig. Instandhaltung. Verleiht die Verbesserung der Reparatur in den Installationskomponenten um 30%. Ja. Dafür nehmen wir uns natürlich auch noch ein und dann diese sieben hier. So. Kurs starten. Ich muss unbedingt die meine meine Lehrleute unbedingt auch geupdatet bekommen. Sonst können wir das auch noch vergessen hier. Fördern annehmen. Danke. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Reihen Sie Stufe 4 mit dem Zimmer Auflösungslauber. Ach, leck mich. Was will ich nicht. 3,6 Millionen. Also ich bin echt gespannt, ob jetzt hier dann auch gleich Leute hinkommen. Megascanner ist eigentlich immer eine sehr, sehr gefragte Sache. Wo willst du eigentlich hin? Gehalt bist du ja. Das freut mich sehr. Wenn du Gehalt bist, dann gebe ich dir auch gerne ein Bier aus. So, nicht. Äh, einstellen. Also wir hätten... Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy Scans verlagert. Gehen wir zum Megascanner. Das finde ich schon mal richtig nice. Können wir uns nämlich mal ganz kurz die Jobliste angucken, ja. Du bist für nur mal für Megascanner und den anderen Rentenkram. Wenn nicht. Wen haben wir denn noch für Megascanner? Du? Du? Du sollst eigentlich Allgemeinmedizin machen. Ich nehme mal da raus. Du machst mal nur Allgemeinmedizin. Der soll beides machen. Das finde ich okay. Dann haben wir zwei Megascanner. Drei. Wenn er nicht in die Psychiatrie geht. Ja, dann nehmen wir die Psychiatrie einfach weg. Boom. Dann soll er lieber DNA machen und Megascanner. Richtig. Rest kann anbleiben. Der soll auch beides machen. Okay, ja. Gut. Einstellen. Können wir noch einen einstellen und den stellen wir dann auch noch mal ein. Und du bist dann auch zuständig nur für Megascanner. Ach, der kann auch eigentlich den ganzen anderen Rest machen. Nur nicht Allgemeinmedizin. Ehrlich. Dann haben wir das auch erledigt. Wir haben Megascanner. Gut. Upsa. Normalerweise bräuchte man jetzt noch den normalen Scanner. Aber erstmal ist hier DNA angesagt. Das war hier die Sachen auch auf die Reihe kriegen. Deswegen ist es auch kein Wunder, wenn die hier tausendmal zu dem hinlaufen müssen, weil wir komplett die Röntengeräte vergessen haben. Apotheke. Sehr schön. Ob wir zur Zeit Hausmeister über haben, ist so ein kleines Problem, weil ich ziemlich viele Hausmeister gerade in Beschäftigung habe. Deswegen stellen wir einfach noch mal einen Hausmeister ein. Vielleicht hat er dann was zu tun. Hier ist auch alles vollgepinkelt. Sollten wir vielleicht mal noch einen Hausmeister ein. Nein, immer nicht. So, machen wir mal zwei neue Hausmeisterschins. Auch nicht schlecht. Der erste Megascanner hat sein Update reingedrückt. Da haben wir auch gleich jemanden, der da arbeiten muss. Normalerweise war Megascanner immer das Teil, wo immer viel los war. Da noch mal vier Monate, da auch noch mal für vier Monate und dann haben wir es. Irgendwo brennt gerade das Krankenhaus. Wo brennt mein Krankenhaus? Hä? Da. Ich habe da keine Feuerlöscher Objekte. hier habe ich überall Feuerlöscher da kommt er. Könntest du dir da vielleicht den Feuerlöscher nehmen? Hausmeister zur Reparatur Läschen. Zirkustherapie. du will eh keiner hin also können sie da auch arbeiten es ist kalt echt jetzt oh ja hier ist es fristelig lolo lolo bitteschön haben wir jetzt gerade ein bisschen erwärmt macht nochmal auf was passiert so der raum ist jetzt gleich auch fertig wir wollen alle da rein ja mal alle da nur hängen es wird repariert ich hoffe dass jetzt gleich meine sitzung beendet ist leute weil sonst ich bin panelen ja jetzt haben wir hier in scanner und jetzt entdecken wir auf einmal eine krankheit nacheinander ich versuche das alles hier gleich hinzukriegen leute es dauert gerade einen augenblick wir müssen jetzt gerade hatte ich jetzt schon zweimal da an der wand gesetzt da muss gehen bitte vielleicht sollten sie losgehen die ochsen es ist halt hart ne also wenn du dann wirklich die leute durch schickst dann ist es halt ein bisschen abkommen ist sicher aber nach und nach kommen die handwerker wieder aus ihrer aus dem lehrgang was haben wir hier noch diagnose diagnose 2 6 stück diagnose 1 10 stück wer will denn hier alles diagnosen haben was featuresch Hit oh also ich hoffe esчит haben wir nicht mehr forschung sicher das ist oder als Nächster Kurs. Hier haben wir kaum einen. Hier haben wir auch kaum einen. Das nächste, was ich mache, ist unbedingt, dass wir noch mehr die Hausmeister ausbilden. Aber die sind jetzt sowieso alle wieder unterwegs. Ich denke, dass gleich das Problem beseitigt ist mit unseren Hausmeistern. Im Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen, falls es Sie interessiert. Wo ist ein Feuer ausgebrochen? Ich sehe kein Feuer. Hier ist nichts. Hier ist auch kein Feuer. Da kann kein Feuer ausbrechen. Hier ist doch nichts. Was machen jetzt meine Hausmeister? Hier sind keine Blumen begossen. Die Automaten. Sind alle völlig im Arsch. Also so langsam könnten ja hier mal meine Handwerker sich ja mal ein bisschen Gas geben, oder? Die Kohle läuft auf jeden Fall. 280.000. Also die Kohle geht gerade richtig steil nach oben. Ja. Aber richtig steil. Im Krankenhaus wurde ein Geist gesichtet. Ach. Äh, das könnte ich hier eigentlich gerade nochmal hinbauen. Zimmer. Eine schöne Toilette. Immer Hände waschen weniger. Irgendwie schon so eine Krankheit von mir. So. Dann haben wir hier schon mal eine Toilette wieder hingebaut. Und dann könnte man eigentlich, auch weil die ja wirklich jetzt anfangen, sich hier lange aufzuhalten. Und noch der Automat. So. Ein Hausmeister wird zur Reparatur der Abrundungseinheit gerufen. Aber jetzt hier wenigstens schon mal ein bisschen was hingebaut wieder, dass die Leute ein bisschen hier mehr Unterhaltung bekommen. Ja, da geht schon irgendwann einer hin, wenn er das benötigt. Davon hängt ja jetzt nicht mein Krankenhaus ab. Ich sage auf jeden Fall erstmal wieder vielen Dank für's Einschalten. Bis morgen. Tschüss.